In dieser Ausstellung «The To Me» kommt ein bisschen mein Hang zum Gesamtkunstweg, zum Ausdruck. Das heisst das Zusammenspiel der Künste. Fotografie, eine Installation eines Gartens, Musik, Literatur, Bücher und da wird auch nicht nur musiziert, da gibt es auch Gespräche. Ich denke, alle Künste sind präsent, ausser der Tanz. Das machen wir das nächste Mal. Der Künste seine Kokos